Hey, schön, dass du wieder mit dabei bist. Bist du neu bei Instagram und möchtest du mit deinem Content so richtig durchstarten? Dann habe ich heute zehn Tipps für dich. Und was ChatGPT mit diesem Video hier zu tun hat, das verrate ich dir auch gleich. Das ist der Plan. Auf geht's! So, eine neue Runde. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Es ist wieder Montag und heute habe ich zehn Tipps für all diejenigen, die ganz neu bei Instagram durchstarten möchten. Also mit ihrem Content eine eigene Community aufbauen möchten und noch ganz am Anfang stehen. Ich habe ChatGPT gefragt, wie man am besten einen Follower aufbaut und einen Account von Null startet. Und ich dachte, es ist mal spannend zu schauen, was ChatGPT dazu so ausspuckt und dann darauf zu reagieren. Denn ChatGPT ist ja eine KI, also eine künstliche Intelligenz. Und wie funktioniert das Ganze jetzt? So eine KI wird mit unfassbar vielen Daten gefüttert und kann dann auf diese Datengrundlage zurückgreifen und zum Beispiel Fragen beantworten. Und dabei geht es dann am Ende um Wahrscheinlichkeiten. Das heißt, wenn ich ChatGPT jetzt eine Frage stelle, dann baut die KI die Antwort aus diesen ganzen Informationen zusammen. Und deswegen sollte man dabei auch immer beachten, dass so eine KI nicht selber mitdenkt, sondern eine KI ermittelt einfach die wahrscheinlichste Antwort auf eine Frage. Und deswegen dachte ich, es ist doch mal spannend, wenn wir die Tipps von ChatGPT mal durchgehen und ich reagiere auf die zehn Tipps von ChatGPT. Und wie immer freue ich mich natürlich riesig über euren Support. Wenn dir das Video gefällt, freue ich mich über einen Daumen hoch. Und wenn du meinen Kanal abonnierst, nicht vergessen, auch die Glocke zu aktivieren, damit du montags kein Video mehr verpasst. Und wir starten mal mit der Anfrage, die ich an ChatGPT gesendet habe. Hey, stell dir vor, du bist Social Media Expertin und hast über viele Jahre die Instagram-Accounts von großen Marken und bekannten Influencern aufgebaut. Jetzt fragt dich eine Person, die neu durchstarten möchte, wie man am besten Follower aufbauen kann. Hast du zehn Tipps, wie man erfolgreich Instagram-Accounts von null aufbaut? Und das ist die Antwort von ChatGPT. Ja, als Social Media Experte habe ich einige Tipps, wie man erfolgreich Instagram-Accounts von null aufbauen kann. Hier sind meine zehn besten Tipps. Und wir starten direkt mit dem ersten Tipp. Das ist laut ChatGPT ein wichtiger Tipp, wenn du bei Instagram neu durchstarten möchtest. Und zwar definiere deine Zielgruppe. Die KI sagt, bevor du beginnst, Inhalte zu erstellen, solltest du dir über deine Zielgruppe im Klaren sein. Wer sind deine potenziellen Follower und welche Art von Inhalten würden sie interessieren? Erstelle ein Profil deiner idealen Zielgruppe und versuche dann, Inhalte zu erstellen, die auf ihre Bedürfnisse und Interessen abgestimmt sind. Und da muss ich sagen, da stimme ich der KI vollkommen zu. Das ist was, was den meisten keinen Spaß macht, was viele gerne hinten runterfallen lassen, was aber extrem wichtig ist. Denn wenn du vorab nicht genau weißt, wer deine Zielgruppe ist und wen du eigentlich erreichen möchtest, dann erstellst du Content so ins Blaue hinaus. Das heißt, du erstellst mal Content für die eine Person und mal Content für die andere Person. Und so ist es dann extrem schwierig, daraus eine eigene Community aufzubauen, weil deine Inhalte immer für unterschiedliche Personen interessant sind. Und das wiederum ist dann auch für den Algorithmus sehr, sehr schwer zu erkennen, für wen deine Inhalte eigentlich gedacht sind. Also ganz, ganz wichtig am Anfang, wenn du dich neu positionieren möchtest, wenn du einen neuen Account startest, dann solltest du auf jeden Fall überlegen, wer eigentlich deine Zielgruppe ist. Und damit kommen wir auch schon zum zweiten Tipp. ChatGPT hat diesen Tipp ausgespuckt für all diejenigen, die einen Account von Null aufbauen möchten. Und zwar geht es dabei um die Bio. ChatGPT sagt, erstelle eine starke Bio. Deine Bio ist der erste Eindruck, den potenzielle Follower von dir bekommen. Stelle sicher, dass sie interessant und aussagekräftig ist. Verwende Hashtags und Keywords, um gefunden zu werden und gib einen Einblick in das, was deine Follower von dir erwarten können. Und da muss ich sagen, da stimme ich nur zu Teilen zu. Ich würde sagen, die Bio ist gerade am Anfang nicht das Wichtigste, sondern das Wichtigste ist auf jeden Fall der Content, der zu der Zielgruppe passt. Die Bio ist erst dann wichtig, wenn Menschen auch auf dein Profil kommen. Und damit Menschen auf dein Profil kommen, brauchst du erstmal guten Content. Und trotzdem kann die Bio dann am Ende entscheidend sein, dass man dir auch folgt. Denn wenn eine Person in Instagram jetzt auf deinen Content stößt, das Ganze spannend findet und sich dann dein Profil anschaut, dann kann die Bio der ausschlaggebende Punkt sein, dass man dir am Ende auch folgt. Also bis jetzt macht die KI einen ganz guten Job und gerade der nächste Punkt ist auch super wichtig. Laut ChatGPT ist das ein heißer Tipp, wenn du Follower bei Instagram aufbauen und neu in der App durchstarten möchtest. Und zwar geht es dabei um das Thema Kontinuität. Und dazu sagt die App, poste regelmäßig. Denn Kontinuität ist der Schlüssel zum Erfolg auf Instagram. Poste regelmäßig Inhalte, um deine Follower bei Laune zu halten und ihre Aufmerksamkeit zu gewinnen. Aber achte darauf, dass du nicht zu oft postest, um deine Follower nicht zu überfordern. Und beim Thema Kontinuität stimme ich erstmal komplett zu. Das ist aus meiner Sicht der Schlüssel zum Erfolg in Social Media und gleichzeitig auch das, wo die meisten dran scheitern, nämlich Kontinuität. Wenn man erfolgreich eine Community aufbauen möchte, dann muss man regelmäßig präsent sein, regelmäßig wertvolle Inhalte posten. Ansonsten wird es ganz, ganz schwierig. Wo ich mich allerdings ein bisschen schwer mit tue, ist die Aussage, dass man vorsichtig sein soll, dass man die eigenen Follower nicht überfordert. Denn im Internet wird so unfassbar viel Content rum, dass es schon recht schwer ist, die eigenen Follower zu überfordern. Ich glaube eher, dass man vorsichtig sein sollte, dass man nicht zu viel postet und damit der Wert der einzelnen Posts verloren geht. Also ich sehe das häufig, dass viele einfach versuchen, möglichst auf Masse zu gehen und die einzelnen Postings aber dann nicht mehr so gut sind. Also da würde ich schon dazu raten, eher zu gucken, dass die einzelnen Postings auch immer für die Zielgruppe einen Mehrwert bieten und für die gleiche Zielgruppe funktionieren. Und wenn das der Fall ist, dann erst versuchen, auch die Frequenz hochzuschrauben. Aber ich würde mir eher weniger Sorgen darum machen, die eigene Zielgruppe oder die eigene Community zu überfordern. Wenn man guten Content liefert, dann ist die Wahrscheinlichkeit eigentlich sehr, sehr gering, dass man die eigene Community überfordert. Und wir kommen zum nächsten Tipp und der Frage, wie wichtig sind eigentlich Hashtags beim Aufbau von neuen Instagram-Kanälen? Und ChatGPT sagt, verwende Hashtags. Hashtags helfen dabei, deine Inhalte zu kategorisieren und potenzielle Follower zu erreichen, die nach bestimmten Themen suchen. Verwende also relevante Hashtags, um deine Inhalte sichtbarer zu machen. Und auch da muss ich sagen, das stimme ich nicht hundertprozentig zu. Denn ja, Hashtags können dabei helfen, sichtbar zu werden, aber Hashtags werden auch in Instagram mittlerweile total überbewertet. Viele suchen nach der Hashtag-Strategie, mit der sie dann am Ende in Instagram durch die Decke gehen können und setzen so ein bisschen darauf, dass die Hashtags dafür sorgen, dass die Reichweite von Inhalten steigt. Aber dabei vergessen viele auch, wie wichtig eigentlich der Content ist und dass der Content viel, viel wichtiger ist, als die Hashtags, die man da dran packt. Also die beste Hashtag-Strategie bringt nichts, wenn der Content nicht zur passenden Zielgruppe passt. Und am Ende ist es aus meiner Sicht eigentlich wichtig, immer zu beachten, dass man Content produzieren muss, der sowohl für den Algorithmus von Instagram als auch für die Zielgruppe funktioniert. Denn die Zielgruppe gibt die passenden Signale an den Algorithmus und der spielt den Content dann besser aus. Also, wenn du jetzt deine Hashtags aussuchst, dann stell dir dabei am besten immer wieder die Frage, für welche Zielgruppe dein Content gedacht ist und welche Hashtags für diese Zielgruppe relevant sind. Denn Hashtags tun in der Regel nichts anderes, als den Algorithmus in so eine gewisse Richtung zu schubsen. Und gerade wenn man sich jetzt zu aktuellen Themen oder zu Trendthemen positioniert, dann kann das super wichtig sein, auch den passenden Hashtag zu wählen. Gleichzeitig werden Hashtags aber total überbewertet, weil sie nie der ausschlaggebende Grund sein werden, dafür, dass Content in Instagram gut performt. Und damit kommen wir auch schon zu Tipp Nummer 5. Chatschipidi sagt, dass das ein wichtiger Tipp ist, wenn du neu bei Instagram durchstarten möchtest. Und da bin ich auch mal gespannt, was deine Meinung dazu ist. Ich verrate dir am Ende auch meine Meinung. Denn die KI sagt, nutze Stories. Instagram Stories sind eine großartige Möglichkeit, um deine Follower zu unterhalten und sie über dein Leben auf dem Laufenden zu halten. Verwende Story-Elemente wie Sticker, Umfragen und Fragen, um mehr Interaktion zu erzielen. Und auch an der Stelle tue ich mich ein bisschen schwer mit dieser Aussage von ChatGPT. Denn ja, Instagram Stories sind grundsätzlich erstmal sehr wichtig, aber sie machen keine neuen Menschen in Instagram auf dich und deinen Content aufmerksam. Sondern Instagram Stories sind eher eine Möglichkeit, um mit deinen bestehenden Followern und mit deiner bestehenden Community zu interagieren. Das heißt, an der Stelle ist es aus meiner Sicht super wichtig, die Ausspielung der Formate genau zu verstehen. Und mit Instagram Reels zum Beispiel erreicht man jetzt sehr, sehr gut neue Menschen, was super wichtig und super hilfreich ist, um so einen Account aufzubauen. Und über Instagram Stories geht man jetzt mit denjenigen, die einem schon folgen, in den stärkeren Austausch und kann so die Community aufbauen und stärker bonden. Aber mit Instagram Stories erreicht man in der Regel keine neuen Menschen. Und man braucht einfach diese Aufmerksamkeit bei denjenigen, die einen noch nicht kennen, um so einen Kanal aufzubauen und um erstmal sichtbar zu werden. Und der erste Schritt ist immer sichtbar werden und der zweite Schritt ist dann, diejenigen auch für sich selber zu begeistern. Und dafür ist dann an der Stelle die Story da, aber in der Regel folgen einem diejenigen schon, die die Story am Ende schauen. Damit haben wir bergfest. Wenn dir das Video bis dahin schon gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen hoch und wenn du meinen Kanal abonnierst, nicht vergessen, auch die Glocke zu aktivieren, damit du montags kein Video mehr verpasst. Und wir machen weiter mit Tipp Nummer 6. Ich habe Chachipiti um Rat gefragt und wollte die besten Tipps wissen, mit denen man einen neuen Instagram-Kanal aufbaut. Und jetzt bin ich mal gespannt, was du von diesem Tipp hältst. Die KI rät, gehe auf deine Follower ein. Social Media ist ein zweidimensionales Medium. Also nutze die Möglichkeit, mit deinen Followern in Kontakt zu treten, beantworte Fragen und Kommentare und versuche, eine Beziehung zu deinen Followern aufzubauen. Und dazu muss ich sagen, ja, es ist super wichtig, auf die eigenen Follower einzugehen. Das hilft aber erstmal nichts, wenn man neue Follower erstmal auf sich aufmerksam machen möchte. Also deswegen würde ich diesen Tipp mit Blick auf den Follower-Aufbau ein bisschen umformulieren und würde sagen, gehe auf die Instagram-Community ein. Werde da sichtbar, wo deine Zielgruppe ist. Kommentiere genau da. Tausch dich dort aus, wo deine Zielgruppe unterwegs ist. Das heißt, du kannst in Instagram nicht nur über dein Content, über Bilder und Videos sichtbar werden. Du kannst auch über Text, über Kommentare auf dich aufmerksam machen. Und da lohnt es sich total, auch in deiner Bubble in den Austausch zu gehen und Kommentare zu schreiben, auf Kommentare von anderen zu reagieren und so auf dich aufmerksam zu machen. Und dann im nächsten Schritt ist es auch super wichtig, um eine gesunde Community aufzubauen, dort auch auf Kommentare zu reagieren. Das ist auch eine Form von Wertschätzung. Allerdings ist es gerade am Anfang so, wenn man ganz neu startet, kommen meistens erstmal noch keine Kommentare, weil man noch am Anfang steht. Und hinten raus ist es dann auch oft so, wenn so ein Kanal dann immer weiter wächst, dass so viele Kommentare kommen, dass man nicht mehr auf jeden Einzelnen reagieren kann. Also da muss man irgendwie einen gesunden Mittelweg finden. Das ist tatsächlich für alle Content-Creator immer gar nicht so einfach. Und wir machen weiter mit Tipp Nummer sieben. Und da sagt ChatGPT, verwende hochwertige Bilder und Videos. Instagram ist ein visuelles Medium, also ist es wichtig, dass deine Inhalte optisch ansprechend sind. Verwende hochwertige Bilder und Videos, die deine Marke und deine Botschaft repräsentieren. Und dazu muss ich sagen, ja, ich stimme der KI hier zu, wenn hochwertig bedeutet, dass die Inhalte einen Mehrwert haben für die Zielgruppe. Also, dass die Inhalte am Ende wertig sind, aber nicht, dass man nur mit Fotos und Videos eine Chance hat, die mit dem teuersten Equipment aufgenommen werden oder von absoluten Profis. Wenn man Instagram mit TikTok vergleicht, dann ist in Instagram die Optik nochmal deutlich wichtiger als zum Beispiel bei TikTok. Bei TikTok ist es viel, viel bedeutender, dass der Inhalt authentisch und unterhaltsam ist. Und bei Instagram spielt immer noch auch die Optik eine große Rolle. Und damit machen wir direkt weiter. Tipp Nummer acht. Ich habe ChatGPT zum Social Media Experten gemacht und das rät die KI, wenn man neue Accounts bei Instagram aufbauen möchte. Und zwar ist das ein ganz wichtiger Tipp. ChatGPT sagt nämlich, kooperiere mit anderen Accounts. Zusammenarbeit mit anderen Accounts kann helfen, deine Reichweite zu erhöhen und neue Follower zu gewinnen. Überlege, welche Accounts für eine Zusammenarbeit geeignet sein könnten und trete in Kontakt. Und da stimme ich zu 100 Prozent zu, dass ich ganz genauso, egal ob es TikTok, Instagram, YouTube oder irgendein anderer Social Media Kanal ist, Kooperationen können dir extrem dabei helfen, neue Menschen auf dich aufmerksam zu machen, also sichtbar zu werden und daraus auch eine eigene Community aufzubauen. Nichts anderes tun die ganzen Podcasts, die sich immer gegenseitig in ihre Podcasts einladen und so auf andere Podcasts hinweisen. Und das Gleiche funktioniert auch zum Beispiel bei Instagram. Such dir spannende Partner, mit denen du gemeinsam Content erstellst, verlinkt euch gegenseitig und macht so gegenseitig auf euch aufmerksam. Das hilft extrem dabei, so einen neuen Kanal aufzubauen. Und es geht heute Schlag auf Schlag. Wir machen direkt weiter. Auch dieser Tipp kommt von ChatGPT und das rät die KI, wenn man neue Follower auf sich aufmerksam machen möchte und einen neuen Instagram-Kanal aufbauen möchte. Promote deinen Instagram-Account auf anderen Kanälen. Nutze deine anderen Social Media Kanäle, deine Webseite und andere Online-Plattformen, um für deinen Instagram-Account zu werben. Ermutige deine Follower, dir auf Instagram zu folgen. Auch da stimme ich total zu. Oftmals ist es jetzt so, dass man komplett von Null anfängt und da hat man halt einfach keine anderen Kanäle. Aber wenn man schon andere Kanäle hat, das heißt, wenn man sich zum Beispiel ein E-Commerce-Business aufbaut und man hat zum Beispiel einen Online-Shop, dann ist es ganz, ganz wichtig, auch den Instagram-Kanal dort im Online-Shop zu verlinken. Weil das zum einen natürlich dabei hilft, dass die Community wächst. Gleichzeitig passiert bei Instagram ja auch so eine Art Social Proof. Das heißt, so ein Instagram-Account kann auch Vertrauen schaffen und kann wiederum dazu führen, dass nachher im Shop ein Produkt gekauft wird. Womit man allerdings vorsichtig sein sollte, ist, wenn man Social-Media-Accounts untereinander promotet. Das heißt, wenn man einen TikTok-Kanal in Instagram promotet oder auch umgekehrt, dann mögen das die Algorithmen eigentlich nicht so gerne. Denn Instagram, TikTok, YouTube, alle wollen ja die beste Plattform sein und keiner will Traffic zu den anderen Plattformen schicken. Also das eine ist, dass das die Algorithmen nicht so gerne mögen und zum anderen stelle ich auch immer wieder fest, dass die Bereitschaft der Communities, so eine Plattform zu wechseln, gar nicht so groß ist. Das heißt, es ist immer relativ schwierig, UserInnen von YouTube zum Beispiel zu Instagram zu bekommen, weil das einfach doch unterschiedliche Communities sind. Also das kann man mal machen, das sollte man aber wirklich nicht übertreiben. Und wir kommen zum letzten Tipp von ChatGPT. Das musst du unbedingt beachten, wenn du einen Social-Media-Kanal aufbaust. Egal, ob es Instagram, TikTok oder YouTube oder irgendeine andere Plattform ist, aus meiner Sicht ist das aktuell der wichtigste Tipp, wenn man sich eine eigene Community aufbauen möchte. Und zwar ist das, sei authentisch. ChatGPT sagt dazu, letztendlich ist es wichtig, dass du authentisch bist und deine eigene Stimme hast. Sei du selbst und stehe zu deiner Marke und deinem Content. Deine Follower werden das schätzen und dir folgen, weil sie dich mögen und dich schätzen. Denn am Ende können wir alle Content erstellen und wir alle haben eigentlich Zugriff auf die gleichen unfassbar großen Ressourcen im Internet. Und das, was jetzt den Unterschied macht, bist du. Deine Persönlichkeit und deine Art, das Ganze rüberzubringen. Egal, ob du jetzt wirklich mit einem Gesicht präsent bist oder nicht. Deswegen ganz, ganz wichtig, aus meiner Sicht, es führt in Social Media kein Weg daran vorbei, wenn man erfolgreich sein möchte. Sei authentisch. Und damit freue ich mich sehr, dass du das Video wieder bis zum Ende geschaut hast. Und ich hoffe, dass es dir auch ein bisschen geholfen hat. Schreib mir doch gerne mal unten in die Kommentare, ob ich öfter mal solche ChatGPT-Reaction-Videos machen soll. Und jetzt wünsche ich dir eine schöne Woche, ganz viel Spaß und viel Erfolg beim Umsetzen. Und ich freue mich, wenn wir uns nächsten Montag hier wiedersehen. Mach's gut. Bis dann. Ciao, ciao.